ja hallo schnuggies nachdem wir ganz unten im süden im bodensee waren ging es dann relativ weit im morden nach bremen hallo bremer schnuggies es wird geil schnuggelischer fremdschämジeess Ich wusste zwar nicht, wie dieser Mann heißt, habe einfach Herbert gesagt und er ist voll drauf eingestiegen. Und wo kommt der Janos? Viele Grüße aus Berlin. Aus Berlin? Nein, weil sie wohnen in Berlin, kommen wir aber nicht aus Berlin. Aber Janos ist da kein deutsches Name. Nein, nein, aber ich bin Deutscher, meine Eltern haben wir den Namen gegeben. Ich bin Berliner. Sie sind Berliner, ja. Also sind deine Eltern Ungarn? Nein, das war nur eine Laune. Die mochten den Namen. Hä? Ja, deswegen wird es um die Infomenten von 2 Meter geflaggen und sicher werden. Dieser junge Mann hier besonders fleißig und lange zugehört. Deswegen kriegt er eine eigene Ansage. Danke schön. Moment, warte mal. Wie heißt der denn? Mink. 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 Wenn du mein Lieber bist, schreibt es in die Kommentare. Ja. Die ist ja vom Saxon. Danke. Danke. Letztes Mal waren wir bei 1.200,22 Euro. Jetzt sind wir bei 1.330,98 Euro. Das alte Ziel von 0 Euro bis zum 8.8. haben wir ja gründlich in die Sandkristelle. Es gibt allerdings ein neues Ziel. Bis 31. Dezember 300 Schnuckis. Bleibt drin und zieht euch rein, ob der Fremd-Chemiches das schafft. Es wird äußerst klar. Bis jetzt sind es 163 Schnuckis, das heißt es fehlen noch 137 bis zum Jahresende. Wird spannend. Im Städtevergleich sind es jetzt Wismar, Friedrichshafen, Chemnitz, Bremen, Potsdam, Köln, Frankfurt, Hamburg. Fremd-Chemiches. 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 Ja, hallo. Hallo, ja. Fremd-Chemiches. 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 Oh, hallo. Fremd-Chemiches. Fremd-Chemiches. Ja, Fremd-Chemiches. Hallo. Wir haben dich gerade bei der Haltestelle Schönhauser Allee gesehen. Wir wollten dir nur sagen, dass du richtig, richtig cool bist. Mach auf jeden Fall weiter so. Du sagst richtig für gute Stimmung. Bis dann. Tschüss. Ja, es war auf jeden Fall geil schnuckeliger. Bremd-Chemiches. Hanseatischer. Leider ist es etwas traurig, dass die tollsten Begegnungen im Ufo Bremen ich gar nicht gefilmt habe. Das tut mir leid. Die Stadtmusikanten habe ich mir etwas größer vorgestellt. Es war dann ein bisschen unspektakulär, ehrlich gesagt. Ansonsten auf jeden Fall speziell die Altstadt. Ganz toll. Sehr weiter zu empfehlen. Wer den Hintergrundsong in voller Länge hören will, kann unten in die Videobeschreibung gucken. Der heißt schwarze Vanilla der Song. Und der ist jetzt auch erhältlich. Genießt den Fremd-Chemiches auf Spotify und allen anderen Musikdiensten. Hey Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen. Wenn ihr eure Meinung loswerden wollt, macht das gerne im Kommentarfeld. Und wenn ihr mich abonnieren wollt, sodass ihr immer alles mitkriegt, dann macht das bitte hier. Komm schon. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah.